ARD Text im Auftrag von Funk Sag mal... Willst du eigentlich mal das Haus übernehmen? Bäh! Bist du sicher? Ja, musst du etwas anderes setzen. Du! Heute ist ein besonderer Tag. Ja... Verstehe ich nicht, warum es plötzlich so passiert. Ich weiss, dass heute der Zeitpunkt da ist. Was? Er wollte nicht allein sein. Nur mit Ihnen. Dann sagt er noch, ob ich dir das hier angeben kann. Da habe ich gesagt, ja, kann ich schon. Hoi zusammen, das ist Melina. Ich bin gerade nicht da. Oder vielleicht habe ich einfach keine Lust. Auf jeden Fall Nachrichten, wie immer noch ein Piep. Aber bitte noch ruhig. Das ist schön. Das ist schön. Da-da-da! Da-da-da! Dodo-do! Da-da! 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 Untertitelung des ZDF, 2020